Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,6 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, bin mit der Qualität sehr zufrieden. Der Schalter ist seit zwei Monaten in Betrieb. Er ist an der Hauswand befestigt und es hat ihn auch schon einige Male der Regen erwischt. Es kann also davon ausgegangen werden, dass die Dichtheit gegen Spritzwasser gewährleistet ist. Ein Kritikpunkt ist jedoch der Durchmesser der Schächte für die Befestigungsschrauben. Der sehr klein ist. Ich musste bei der Montage größere Schrauben verwenden, deren Kopf dann logischerweise auch größer ist. Die Schrauben passen dann nicht mehr in diese Schächte. Dadurch kann dann der Deckel nicht mehr aufgeschraubt werden, weil die Schraubenköpfe vorstehen. Musste dann mit Feinwerkzeug die vorgesehenen Schächte abschleifen, was natürlich einen ziemlich großen Zeitaufwand erforderlich machte. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass immer die mitgelieferten Schrauben ausreichend sind. Diese Schraubenschächte könnten, meiner Meinung nach, um die Hälfte gekürzt werden. So könnten dann auch andere Schrauben, deren Köpfe einen größeren Durchmesser haben verwendet werden. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung. Danke. Danke. Danke.